Mein Name ist Bas Stemburg, ich studiere IT Security in der Fakultät Informatik hier an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und habe mich auch schon selbstständig gemacht. Wie ist der Name schon suggeriert, Sicherheit in der Informationstechnik. Das bedeutet in den ersten paar Semestern, da lernt man die Grundlagen der Informatik kennen. Das bedeutet unter anderem ein bisschen Mathematik, das gehört leider immer wieder dazu. Aber man lernt natürlich, wie sind Computer aufgebaut in Rechnertechnik, wie sind Netzwerke aufgebaut. Das lernt man in Netzwerktechnik, dann lernt man natürlich Programmiersprachen. Kryptographie gehört natürlich dazu und weil wir gerade im Studiengang IT Security sind, kommt natürlich dann in weiteren Semestern dann zum Beispiel Cyber Security dazu. Hier werden Schwachstellen analysiert, das heißt wir kriegen dann Programme, die wirklich Schwachstellen drin haben, analysieren diese, nutzen sie auch aus, um zu gucken, was damit passiert, wenn man sie ausnutzt und beheben sie natürlich. Das gehört auch dazu. Vor allem die Module sind sehr gut strukturiert, passen sehr gut zum Studiengang. Die kleinen Lerngruppen, also wir haben hier an der Hochschule, die Hochschule ist nicht so riesig wie eine Universität, das heißt wir haben kleinere Vorlesungsgruppen. Das macht sehr viel Spaß, man kann sich viel besser in die Vorlesung integrieren, man hat Interaktionen mit den Professoren und kleinere Praktikumsgruppen und so weiter. Zu Beginn des Studiums in den ersten beiden Semestern, da hat man unter anderem Tutorien in verschiedenen Fächern, Mathematik vor allem, da wird gut geholfen, aber auch in den Programmiersprachen und Kryptographie. Alle müssen auf ein gleiches Niveau kommen, damit sie auch den Studiengang gleich verstehen können. Hier werden Studierende ausgewählt aus höheren Semestern, die dann extra Tutorstunden geben. Hier werden dann Aufgaben gemacht, Fragen beantwortet und nochmal der Stoff wiederholt, falls er noch nicht klar war. Aber natürlich auch in den höheren Semestern kommen immer wieder Praktika dazu, das heißt in diesen Praktikumsstunden hat man Praktikumsbetreuer, die für jede Frage haben so ein offenes Ohr, helfen auch sehr gerne. Und natürlich Kommilitonen sind immer die besten Helfer, das gehört ja auch dazu. Hier im vierten Semester habe ich jetzt sieben Module, davon sind vier praxisbezogen. Unter anderem lernt man in den Praktika zum Beispiel, wie die Programmiersprachen aufgebaut sind, wie man mit ihnen umgehen muss. In Netzwerktechnik, da hat man verschiedene Aufgaben, wie Netzwerke funktionieren, lernt man hier. Man programmiert aber natürlich auch größere Programmieraufgaben, wie zum Beispiel einen Webserver. Außerdem haben wir natürlich auch ein Praxissemester, das findet im sechsten Semester statt. Da empfehle ich auf jeden Fall schon mal im Ende des vierten Semesters, vielleicht Anfang des fünften Semesters schon mal Ausschau zu halten, welche Firma man da gerne besuchen möchte und natürlich auch eine Firma, die in die Richtung auch geht. Es muss Spaß machen, also man muss Spaß an der Sache haben. Man sollte vielleicht schon ein bisschen Kenntnisse in der Informatik haben, also daheim irgendwie an einem PC rumgeschraubt haben, sich die Netzwerktechnik bei sich daheim im WLAN zum Beispiel mal angesehen haben, Programmiersprachen vielleicht schon mal ein bisschen gelernt. Vor allem aber dann auch noch das Zeitmanagement ist sehr wichtig im Studium. Das bedeutet das Vor- und Nachbereiten von Vorlesungen, auch Praktikalen, nehmen etwas mehr Zeit mit, wenn man noch nicht ganz erfahren ist, aber ansonsten wird das Studium sehr viel Spaß machen.